Hera! Geh fort! Lass mich in Frieden! Was geht hier vor sich? Was machst du? Flan, dieser rückwärtlose Narr, was denkt der sich? Er sah eine Gelegenheit auf Einigkeit und er hat sie ergriffen. Jeder König würde das tun. Nimm ihn nicht in Schutz! Das tue ich nicht, aber er kann seine Verbündeten auch nicht missachten. Du hast alles Recht aufgebracht zu sein. Aber du kennst Flan. Diese Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Gehen wir zurück und reden mit ihm. Wenn jemand ihn zu anderem überreden kann, dann du. Oh, das werde ich. Ob er will oder nicht. Was? Es tut mir leid. Ich lasse nicht zu, dass sie uns auslöschen. Eivor! Kannst du mich hören? Eivor! Alles in Ordnung? Hast du Kira gesehen? Ich dachte, sie wäre hier. Eivor? Oh! Was ist das? Denkst du, das war...